Freunde, ich habe es geschafft. Ich habe meinen ersten Unfall hier in der Werkstatt mit einer Maschine hinter mir. Mein Finger ist heute Morgen in die Abrichte geraten. Und ich finde, das Ganze ist sehr glimpflich ausgegangen, da hätte deutlich mehr passieren können. Keine Angst, in diesem Video gibt es jetzt keine Bilder von einer halb abgerissenen Fingerkuppe, obwohl genau das passiert ist. Und was genau passiert ist, davon will ich euch in diesem Video mal kurz berichten. Ich bin gerade dabei, einen Tisch zu bauen. Einen Esstisch aus massiver Eiche. Das, worauf ich hier stehe, das ist die Tischplatte. Und die ist auch so gut wie fertig. Das Einzige, was noch fehlt, das sind hier die Holznägel in den Kopfenden dieser Tischplatte. Diese Holznägel wollte ich herstellen aus diesem Fichtebrettchen. Und das will ich auch immer noch. Das Fichtebrettchen, das ist ein bisschen dick. Acht Millimeter sollen die Nägel dick sein und damit auch dieses Holzbrettchen. Also dachte ich, es ist doch eine gute Idee, die mal eben auf der Abrichte ein bisschen dünner zu hobeln. Ja, und genau das war mein Fehler. Jetzt mag man vielleicht denken, ja klar, der Finger geraten die Abrichte, das heißt, du hast meine Sicherheitsmaßnahmen nicht beachtet. Würde ich so nicht sagen. Vielleicht habe ich nicht hinreichend viele Sicherheitsmaßnahmen beachtet oder die falschen Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Aber ich war mir durchaus darüber im Klaren, dass so ein kleines Brettchen hier abzurichten nicht ganz ohne ist. Und ich zeige es euch mal, was ich mir gedacht und was ich gemacht habe. Oder zunächst mal, was ich nicht gemacht habe. Was ich nicht gemacht habe, war nämlich hier dieses Schutzblech komplett wegzulassen und dieses Holzbrettchen hier einfach so drüber zu ziehen. Nur um mich dann zu wundern, dass ich hier irgendwie abrutsche. Nein, mir ist die Wichtigkeit dieses Schutzbleches durchaus geläufig. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, hier etwas abzurichten mit Schutzblech. Die eine ist, das Blech hier etwas höher zu machen, so dass das Brettchen gerade noch drunter durchpasst. Das hier komplett drüber zu ziehen und dann das Werkstück über den Hobel zu schieben. Das ist prinzipiell auch die richtige Variante bei einem relativ flachen Werkstück. Aber ihr seht, das ist hier ein bisschen schwierig. Man schiebt hier hinten noch mit den Fingern rein, während man das vorne noch nicht richtig greifen kann. Und da dachte ich tatsächlich schon daran, dass es ja saugefährlich ist, hier mit den Fingern ranzugehen. Und deshalb habe ich mich gegen diese Variante entschieden und beschlossen, das Ganze so abzurichten, dass ich das Schutzblech hier nach unten mache, dann so weit wie möglich hier rauf und dann dieses Brettchen hier drüber zu ziehen. Ja, auch da selber schuld, könnte man denken. Denn natürlich ist das Brettchen hier immer noch viel zu klein, um es einfach freihand hier drüber zu ziehen. Aber nein, auch daran hatte ich gedacht. Tatsächlich habe ich sowohl einen Schiebestock als auch dieses Stück Holz benutzt. Das Holzstück habe ich auf das Werkstück gelegt, einfach damit man ein etwas längeres Stück hat, das man gut herunterdrücken kann. Und mit dem Schiebestock habe ich, naja, logischerweise geschoben. Und so bin ich dann hier über den Hobel gegangen, natürlich mit dem Zeigefinger irgendwo hier an dieser Stelle. Und dann ist Folgendes passiert. Das Werkstück, das muss irgendwo, ja, hier sieht man noch die Spuren, muss irgendwo beim Hobeln eingehakt sein. Vielleicht an dieser Stelle, also ich war schon weitestgehend drüber. Dann ist es durch das Einhaken nach hinten weggeschleudert worden, also das Werkstück. Und, tja, hier mit dem Schiebestock ist nicht viel passiert. Aber dieses Stück Holz, ja, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau erinnern, wie es weggekommen ist. Oder ob ich einfach dran vorbeigerutscht bin. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist bei dieser Aktion dann irgendwie, weil ich ja hier einen Druck nach vorne unten ausübe, mein Zeigefinger hier in das Messer geraten. Oder besser gesagt in die Messer. Denn ich gehe mal davon aus, dass es aufgrund der schnellen Rotation dieser Walze mehrere Schnitte waren. Da sind zwei Messer dran. Und dann hättet ihr erstmal einen Bernd schreien hören können. Ja, das ist im ersten Moment natürlich einfach nur ein großer Schreck, ein Schock. Man kriegt quasi einen Schlag auf die Finger. Man spürt auch Schmerz, kann aber nicht so genau sagen, was eigentlich. Und so intensiv ist der Schmerz im ersten Moment dann auch nicht. Man traut sich auch nicht so wirklich hinzugucken. Denn man weiß, wie gesagt, dass man verletzt ist. Man hat Angst, dass man irgendwie die halbe Hand, übertrieben gesagt, hier in Fetzen herunterhängen sieht. Ja, so schlimm war es dann nicht. Aber wie gesagt, im ersten Moment kriegst du nur diesen Schlag auf die Finger und weißt, dass was passiert ist. Man sieht das Blut. Ich war zum Glück noch geistesgegenwärtig genug, die Maschine auszumachen und bin dann hochgegangen. Meine Familie ist heute da. Es ist zum Glück Sonntag. Und so konnten die mich erst versorgen. Auf dem Weg nach oben habe ich natürlich dann was gemacht, was man nicht unbedingt machen sollte. Nämlich den Finger in den Mund gesteckt. Einfach damit das Blut hier nicht herumfließt oder tropft. So viel war es nicht, aber es war schon was, ja. Und gut, dann haben wir uns das oben mal in Ruhe angeguckt. Und es kommen keine Bilder, aber ich beschreibe es mal kurz. Also man hat gesehen, dass am Fingernagel, ich zeige es vielleicht am anderen Finger, am Fingernagel hat schräg so ein Stückchen gefehlt. Also dieser Finger ist irgendwie so in die Maschine geraten, spiegelsymmetrisch gesehen so. Also hier fehlte ein Stück des Nagels. Und darunter war dann ein großer Schnitt in die Fingerkuppe. Die konnte man so nach unten klappen. Das habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Aber man konnte halt diesen Teil der Fingerkuppe hin und her bewegen. Es hat stark geblutet. Man hat nicht genau gesehen, wie viel das ist. Es schien auch was zu fehlen vom Finger. Da war ich nicht so ganz sicher. Bin ich auch immer noch nicht, ehrlich gesagt. Haut war aber noch da. Naja, und die haben dann erstmal einen Verband drüber gemacht, um die Blutung ein bisschen zu stillen. Und so sind wir dann ins nächste Krankenhaus gefahren. Nach Dernbach. Zwischendurch, sage ich ganz ehrlich, war mir schon ein bisschen schummerig. Ich war zitterig auf den Beinen. Man hat mir gesagt, ich sei auch blass gewesen. Selbst ich kann blass sein. Und man soll so eine verletzte Hand ja dann auch nach oben halten. Damit nicht zu viel Blut durch diese Verletzung durchgepumpt wird. Also bin ich in etwa dieser Pose hier ins Krankenhaus gefahren worden. Selber hätte ich gar nicht mehr fahren können. Also wenn ich hier alleine gewesen wäre, hätte ich mir einen Krankenwagen holen müssen. Aber es war jemand da. Wie gesagt, es ist Sonntag. Und ja, auch in der Notaufnahme hatte ich Glück im Unglück. Denn abgesehen von einem Hubschrauber, der wohl gerade gelandet war und zwei Unfallopfer gebracht hat, war niemand vor mir in der Notaufnahme. Und so konnte ich trotz der Corona-Beschränkungen, die da ja immer noch gelten, direkt an die Reihe kommen. Man hat mir ein paar interessante Fragen gestellt, also wie das passiert ist. Die Schwester war ganz cool. Meinte, ja, einen Tisch haben sie gebaut oder sind sie dabei? Das ist ja voll toll. Und meinte aber dann auch, als sie das Ganze angeguckt hatte, Hm, interessant. Ich hätte gedacht, dass ihr ganzer Finger jetzt herunterhängt. Und so schlimm war es auch zum Glück nicht. Aber nachdem die das Ganze desinfiziert hatte und das Blut damit auch so ein bisschen weggewischt war, konnte ich selber mal mir das Ganze genauer anschauen. Und wie schon gesagt, vom Fingernagel hat so ein bisschen was diagonal gefehlt. Darunter hat, glaube ich, auch ein Fleischstück gefehlt. Aber die Haut war so ein bisschen nach hinten geschoben. Also die Kuppe war noch da. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich so ein bisschen was hier so schräg vom Finger fehlen. Aber die Haut ist noch da. Naja, wir werden es sehen. Jedenfalls, es musste nichts genäht werden. Da war die Verletzung zum Glück nicht schlimm genug. Man hat mir zwei, ja, wie heißen die? So Tapes. Klammer Tapes. Genau, hat man mir hier oben drüber geklebt. Das hat dann nicht die Schwester gemacht. Das hat der Chirurg gemacht. Spiralförmig, einmal so herum und dann noch einmal so oben drüber, um die Haut oder die Fingerkuppe da oben zu fixieren. Dann kam dieser Verband hier drumherum. Und das muss jetzt alle paar Tage mal kontrolliert werden. Mindestens zehn Tage muss dieses Klammer Tape draufbleiben. Und danach erst kann ich sehen, wie das Ganze angeheilt ist. Ja, ich denke mal, das wird eine ganze Weile dauern jetzt, bis das komplett verheilt ist. Ich kann die Hand leider auch nur sehr eingeschränkt nutzen. Jetzt im Moment habe ich eine Schmerztablette Intus, da spüre ich das nicht so ganz. Aber ansonsten kann es schon mal sein, dass auch andere Bewegungen mit der Hand schmerzen. Jeder, der sich schon mal tief in den Finger geschnitten hat, weiß, dass mit so einer Verletzung dann schnell die ganze Hand eingeschränkt ist. Weil jedes Strecken, jedes Schließen, das schmerzt einfach. Ja, ich fürchte, jetzt sind auch die Arbeiten hier in der Werkstatt erstmal ein bisschen unterbrochen. Aber trotzdem, ich bin heilfroh, dass es nur die Fingerkuppe war. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Also, wenn ich hier dieses Schutzblech nicht gehabt hätte und meinen Stock hier obendrauf auf dem Werkstück nicht gehabt hätte, dann hätte auch meine ganze Hand in das Messer hier geraten können. Und das hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Tja, was lerne ich daraus? Ich hatte ja, wie gesagt, gedacht, ich hätte hinreichend viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Aber das stimmt offenbar nicht. Also, wir müssen daraus lernen, dass dünne Werkstücke nicht geeignet sind, um sie hier über die Abrichte zu ziehen. Schon gar nicht, wenn sie so kurz dabei sind. Und wenn man sowas machen will, dann sollte man wirklich nicht nur so ein kleines Stück Holz, sondern am besten eine große Platte mit Griff dran benutzen, um selbst wenn das Ding rausflutscht, dass man dann auf jeden Fall noch was zwischen Hand und Messer hat. Der Ersatzbau jetzt war nicht so ganz korrekt abgeschlossen. Ach, sei es drum. Das kommt trotzdem in den Film hinein. Tja, liebe Leute, das war mein Sonntag. Sowas kann einem den Tag versauen, aber es ist besser. Das Projekt hier ist jetzt ein bisschen unterbrochen, als dass meine Werkstatttätigkeit für alle Zeiten unterbrochen ist, weil die Hand komplett im Arsch wäre. So gesehen, Glück im Unglück. Ich darf also davon ausgehen, dass diese Verletzung hier mich nicht dauerhaft einschränken wird. Das ist jetzt meine eigene Vermutung. Von den Schmerzen her ist es im Prinzip wie ein tiefer Schnitt in den Finger. Das haben viele von euch sicher auch schon mal erlebt. Nicht schön, es spannt ständig, es pocht auch ganz ordentlich, aber es ist aushaltbar. Und tja, dann geht es auch möglichst bald hier in der Werkstatt weiter. Das ist jetzt kein Grund für mich, auch die Abrichte hier nicht mehr zu benutzen. Aber es ist ein Grund, nochmal über die Sicherheitsmaßnahmen nachzudenken. Ich habe welche getroffen, wie ihr gesehen habt, aber offenbar nicht gut genug. Immerhin, ich trage schon lange keine Handschuhe mehr bei rotierenden Werkzeugen. Hätte ich einen Handschuh angehabt, dann hätte ich vielleicht auch den Handschuh reingezogen und dann wäre ebenfalls Schlimmeres passiert. Also, liebe Leute, Tipp an euch. Beherzigt alle Sicherheitsmaßnahmen, von denen ihr je gehört habt. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Auch wenn man denkt, man wäre vorsichtig, offenbar ist man es doch nicht immer. Für Unfällen ist man nicht ganz geschützt, trotz aller Maßnahmen. Aber man kann versuchen, das Verletzungsrisiko zu minimieren, wenn dann was passiert. Ich denke, das Minimieren des Verletzungsrisikos ist mir hier tatsächlich gelungen. Wie gesagt, es hätte auch sein können, dass die ganze Hand hier hineingeraten wäre. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt hier dieses Schutzblech komplett weggelassen. Ich hätte komplett auf Schiebestock und dieses Andrückholz verzichtet. Ich hätte vielleicht noch Handschuhe dabei angehabt. Halleluja! Also dann hätte ich vielleicht meine linke Hand hier nie wieder benutzen können. Und ich sage es nochmal, ich hatte wirklich großes Glück. Im Unglück glaube ich zumindest. Ah, jetzt tut es schon wieder weh. Ja, ich fuchtle zu viel mit dem Finger hier herum. Na gut. So, jetzt schreibt mir gerne eure Anmerkungen in die Kommentare, wie doof ich mich verhalten habe. Eure Tipps, wie ich das in Zukunft besser machen kann. Und ich danke euch, dass ihr euch dieses kurze Video hier angeschaut und mir beim Jammern zugeschaut habt. Ich wünsche euch, dass ihr von solchen Verletzungen oder noch schlimmeren verschont bleibt. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ach ja, das Tischvideo oder die Tischvideos. Denn es werden wahrscheinlich wieder mehrere werden. Die werden bald erscheinen. Aber jetzt habe ich halt hier erstmal eine kleine Zwangspause. Aber dann werde ich, sobald es geht, hier auch weitermachen. Denn die Werkstatt muss frei werden. Das Projekt muss fertig werden. Ich muss andere Dinge bauen. Wir haben oben eine Baustelle. Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Im Grunde bin ich in jeder freien Minute irgendwo hier in der Werkstatt oder oben im Haus. Tjoa, wird schon. Ich bin optimistisch. So, jetzt aber macht's gut oder macht's besser.